Hallöchen ihr Lieben zu einem neuen kleinen Angezockt. Wir schauen uns Roundabout an. Ein Spiel, das ich eigentlich schon immer mal zocken wollte, aber zum Vollpreis war das doch relativ teuer mit 15 Euro und ich wusste, dass es wahrscheinlich ein relativ kurzlebiges Spiel ist. Zumindest ist das so meine Vermutung. Aber vielleicht beweist es uns ja das Gegenteil. Ich habe es jetzt nämlich im Herbst Sale bei Steam gekauft und ich würde sagen, wir starten einfach mal in ein neues Spiel. Oh, das ist ja ein sehr intelligenter Gesichtsausdruck, den wir da gerade sehen. Ich würde sagen, es ist so eine Art Geschicklichkeits-Puzzle-Spiel. Es ist... Sekunde, das lösche ich mal. Oh, Quatsch, jetzt habe ich es aber nicht gelöscht. Jetzt muss ich kurz mal gucken. Die liegt da da. Ich habe natürlich schon einen Aufnahmeversuch gemacht. Und jetzt mache ich ein New Game. Genau, es ist so vom Spielprinzip wie Kururin. Ich glaube, so hieß das. Ah, die Stadt der Roundabout. The big twist. The city that always spins. If you can drive through here, you can drive through anywhere. Now, you might notice that things are a little peculiar around here. Well, that's because this is Roundabout. Everyone does things different around here. But I'm getting ahead of myself. Okay, ich denke, gleich geht's los. Die Ladezeiten sind ein bisschen länger. Ah, jetzt aber. Hi there. Uh, Geo-Rigio-Manus? Meet Georgio Manus. The world's first revolving limousine driver. Great. Well, I'll be the instructor for your limousine operator's test. So, just keep things straight and quick and this will be over ASAP. Geo-Rigio-Manus. Hmph. If only our pal here could see inside Georgio's head. See, there's only one way this chauffeur drives. And it's with a twist. Georgio never stopped revolving. As a kid, Georgio learned to move with the spin. Instead of fighting it. People, small obstacles. Nothing could stop Georgio from twisting and turning. Well, except for buildings, lampposts. You know, things taller than the city. Oops, oops. But against everything else. Unstoppable. Well, I guess you passed. Barely. Here's your driving report. You'll get one of these after every ride. Enjoy the thrilling world that is the luxury transportation industry, I guess. Okay, total verrückt. Ihr merkt schon. With a limo license, the world was Georgios Oyster. Passengers everywhere would experience a true revolution in transportation. But at what cost? Hey kid, the name is Mickey. Mickey the mechanic. I've never seen anyone drive like you just did at the DMV. Can you show me some more? Me to ride to my shop down the block. Okay, versuchen wir es mal. Ich bin in sowas eigentlich super schlecht. So. Und jetzt hier rüber. Und... Ey, okay. Oh, Verzeihung. Ach nee, ich war ja falsch. Sekunde. Sorry. So. So. Ich weiß nicht. Ich würde in sowas nicht gerne fahren wollen. Ich hätte ein bisschen Angst. Also das dreht sich immer automatisch, ne? Oh, okay. Verstehe. Das können wir also machen, um so zu verla... Oh, wow. Ich hätte es mal nicht nutzen sollen. Ohne wäre es besser gelaufen. So war ich unkonzentriert. Wow, kid. Have you ever thought of going pro? Look, if you ever want to take on the city, just come back to me. Hell, I'll even help you out with parts. You and me, kid. We could go all the way. Okay, okay. You just met me. It's a little weird. But kid, seriously. Think about it. Okay, wir können hier jetzt, glaube ich... Ja, unser Auto leicht umbauen. Wartet mal. Badam, bam. Ach, verstehe. Aber wir haben ja noch nichts, was wir uns großartig kaufen könnten. Aber das mit der Schnecke, wollte ich schon sagen. Oh, wie süß. Hi, driver. I'm sorry. My car is stuck at the stupid mechanics. And my kid is late for school. Can you give her a ride there? Thanks. Hahaha. Die Fahrerin ist auch so cool. Sie sagt einfach immer nichts. Giorgio's bread and butter. With just a quick look at the stare on that adorable Munchkin. Giorgio knew they needed to make a detour. Ach ja? Wohin denn? Oh mein Gott, da soll ich lang? Das geht doch nicht. Wie soll das denn funktionieren? Okay, wartet. Ich benutze mal... Hä? Ah, okay. Guck mal, alles zerstört. Okay. Und... Wow. Und weiter. Und... Wo muss ich jetzt hin? Auf jeden Fall, bitte keine weiteren Menschen töten. Ja. Yay. Entschuldigung. Es tut mir sehr leid. Was ist... Oh mein Gott, ich brenne. Ich brenne. Das ist nicht gut. Oh mein Gott. Häschen. Häschen. Ei. Jetzt bin ich explodiert. Hahaha. Alles klar, wartet. Zum Glück muss man nicht so viel neu machen. Das ist ziemlich nett vom Spiel. Muss ich schon sagen. Entschuldigung. Das ist wichtiger, dass ich die Kinder hier zur Schule bringe. Wow. Sorry. Und los. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ah. Ich bin richtig schlecht, ey. Okay, wartet. Erstmal so. Jetzt so. Ein bisschen mehr Geschicklichkeit hier mal, bitte. Oh. Oh, geschafft. Süß. Ey, ey, ey. Okay, retry right. Ne, ist okay. Ich kann damit leben. Aber wo geht es als nächstes hin? Wo ist hier ein Auftrag? Ich brauche einen Auftrag. Meine Bestimmung ist es, Leute zu transportieren. Dafür brauche ich aber Leute. Halt. Wieso bewegen die sich? Sind die verrückt? Alter. Na super. Jetzt bin ich explodiert. Vielen Dank. So. Woran erkenne ich denn, wo hier nochmal ein Auftrag ist? Da. Schaut. Was mache ich denn da? Nein. Okay, ich helfe dir. Oh Gott. So nehme ich den komplizierten Weg. Ich weiß es nicht. Okay. Erster Checkpoint. Wo muss ich überhaupt lang? Wieso muss ich hier lang? Wo? So. So. Alles klar. Und jetzt da runter. Ich fahre ihn direkt auf das Feld. Ist ja krass. Ich weiß es nicht mehr als ich dachte. Ich weiß nicht, ob was sie machten, was sie sogar als Baseball betrifft. Okay, Kinder. Listen up. Hey. Listen up. Ich weiß nicht, was du hier machst. Aber in dieser Stadt, wir spielen Baseball. Sie sehen diesen Schoffer hier? Was? Georgio hat niemals einen Limousine als Baseballball benutzt. Aber es ist eine erste Mal für alles. Okay. Score a homerun. Achso, ich soll da einfach langfahren. Was ist das? Take Coach's Ball Challenge. Nö. Wir fahren mal weiter. Wir gucken, was hier noch für Herausforderungen sind. Hier drüben scheinbar. Oh, der ist ja niedlich. Wie süß. Voll nervös. So. Keine Sorge. Ich helfe dir, dein Date zu bekommen. Äh, wieso schickst du mich diesen total komplizierten Weg? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nicht gut. Nicht gut. Ich brenne. Ich brenne. Wo lang geht das hier? Voll angelernt. Aber wohin? Wo wollt ihr denn hin, meine Lieben? Ich bring euch überall hin, wo ihr wollt. Ja. Movies are okay. You like movies? Yeah. I love movies. What about you? Oh Gott. Eine schreckliche Unterhaltung, die sich da gerade entwickelt. So, do I pay you now or later? Or do I... Oh! 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 Süß! Ach, wie niedlich. Haben die beiden zusammengebracht. So, das nächste ist da. Okay. 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 Georgio is beginning to get the hang of this whole limousine for hire thing. Little did Georgio know that a curveball was about to land in the backseat. Okay, los geht's. Ich beeil mich. Wo lang? Wartet. Ich geh mal da lang. So. Ja. Ich finde auch, das macht Spaß. Und so langsam kann ich es auch ein bisschen besser als zuvor. Aber wo geht's hier lang? Da. Wo? Wo? Entschuldigung, Leute. Ah! Verdammt! Das war schmerzhaft. Das war wirklich schmerzhaft. Sogar die Reifenspuren sind. Blutig. Dein Lippenstift. Hey, so... I'm only a town for a little bit, but... I could sure use a groovy driver like you to show me around. And hey, having someone in uniform take me for a spin around town would be a pretty groovy bonus, right? Bad. Okidoki. Oh, da ist er direkt... Oh, bless you, my child. We appear to have something of a problem. I am meant to be joining two people in holy matrimony, but we appear to be missing the groom. We must fetch him, post haste. Okay, den holen wir natürlich sofort. Das geht ja gar nicht. Ach nee, da lang. Okay, Moment. Und so. Oh. Oh Gott. Ach nee, da kann ich ja durch. Aber da kann ich nicht durch. Er wird entführt. Ups. So, jetzt haben wir ihn aber. Jetzt geht's hier weiter. Oh mein Gott. Okay, jetzt müssen wir hier einmal drumherum drehen. Ach, er war besoffen. Ja, ob sie damit so zufrieden wird? Und wegdrappet. So. Entschuldigung. Und... Oh Gott. Nein, ich wusste es. Das sah schon nicht gut aus. Und trotzdem wollen alle unbedingt mit mir fahren, obwohl ich schon so viele umgebracht habe. Eigentlich ergibt das gar keinen Sinn. So. Und hier müssen wir die Kurve drehen. Gut, klar. Alles klar. Es war mir eine Freude. Ich weiß noch nicht, was ich davon habe, aber ich werde es ihm zack... Oha, nee. Was tue ich denn da? Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. So. Und weiter. Ach. Was? Was stand da eben? Sekunde. Irgendetwas stand da. Irgendetwas stand da doch eben. Perfix. Ich habe es nicht schnell genug gelesen. Äh. Settings. Ach, Perfix. Jetzt steht das hier nicht. Irgendwie kann ich die Richtung verändern, ne? In der sich das dreht. Oder das ist das hier, dass ich es schneller machen kann. Wow. Bitte sag es mir noch mal. Aber es funktioniert auch so. Von daher. Kein Problem für mich. So. Jetzt da rein. Nee. Nein, 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 nein. Oha, Perfix. Voll explodiert. Oh, sogar besser. Oha. Und hier rein. Hä? Was hat er gesagt? Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich muss hier unten immer gucken. Ich muss fahren. Ich muss... Wow, auf die Straße. Hör. Krass, Mann. Wie komme ich denn da durch? Oh, nein. Von hier muss ich wieder anfangen. Das ist ja fies. So. Hier kann ich durch. Aber was soll ich hier machen? Nein, 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 nein. So. Best revolving limousine driver. I will crush your precious limousine last. Das ist ja fies. Ein ganz, ganz fieser Typ ist das. Wow, bam. Ich glaube, wenn das nicht so blinkt, dann... Was? Update your limousine. Nö, muss nicht. Ich finde es eigentlich ganz okay. Andere drehen sich jetzt auch. Das geht ja mal gar nicht. Das war aber auch meine Idee mit dem Drehen. Das ist fies. Ein schwedischen Touristen? Das war, glaube ich, noch versperrt, ne? Das ging noch nicht. Ah, da. Charles Maximilian for Giorgio Manos. Please hold. Hello there, my chenny chauffeur. I have a task that I need to attend to at my suburban getaway. I do it myself. But I'm stuck in the city attending these blasted meetings. If you could pop by and take care of a few things, everyone here at Maximilian Enterprises would be most grateful. Ich weiß ja nicht, das sah eher so aus, als würde er Minigolf spielen und nicht arbeiten. Wir machen jetzt seine Drecksarbeit. Das finde ich nicht gut. Sieht auch aus, als wäre er böse. Naja. Besonders gut finde ich das nicht. Au. So, und? Achso, ich dachte, das wäre schon... ...seine Mansion. Oh, da liegt einfach so Geld drauf. Ich nehme an, da darf ich nicht gegenfahren. From. From. Oh, da kann ich da... Achso, ich kann das einsammeln. Hash Stash. Das ist sogar sowas wie special. Okay, wir haben irgendwas eingesammelt. Ich kümmere mich da rum. Wie viele muss ich denn davon einsammeln? Aber wieso muss ich die zerstören? Ich konnte ja nicht lesen. Ich war zu beschäftigt. So. Achso, wir sind gar nicht im... Wow, wow, wow. 75%. Ranked number one against France. Achso, ich habe auch gesehen, dass von meiner Freundesliste bei Steam nur eine Person das Spiel noch hat. So, da unten... Oh, wartet. Da unten. Das leuchtet gerade auf. Nein, nein, nein. Oh, Bäm. Oh. Na ja, okay. Ist nicht schlimm. So. Jetzt geht es hier wieder lang. Und... Ach, nee, da. Wir haben ein Date? Das ist ja auch mal cool. Ah. Hier drin? Soll ich da einfach reinfahren? Scheibenbar. Ah, aua. Da kann ich nicht durchfahren. Oh, Mann. So war das aber, glaube ich, nicht gedacht, dass wir reinfahren. Oh. Oh, Gott. Wie soll ich denn hier durchkommen? Oh, es geht. Ich passe hier sogar rein. Cool. Ah. Ah. Nein. Das war ein bisschen zu eng. Vielleicht sollte ich eher da oben lang. Ja, auf jeden Fall sollte ich da lang. Die kann ich nämlich kaputt machen. Die Bänke. Food. And some burgers. Das ist geil. Oh, Gott. So. Ja. Ja. Oh, oh. Ups. Ich habe ein Gebäude gekauft. So war das eigentlich gar nicht gedacht gewesen. Oh, das ist schon ein Football. Jetzt geht es in den Park. Da wollen wir noch ein bisschen entspannen zusammen. Oh, Gott. Hier waren wir noch nicht, ne? Haben wir jedenfalls nicht bekannt vor. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. I love this place. Ducks. Trees. I feel like I can really be myself here. Oh, wo sind wir? Ah, hier direkt. Oh, my goodness. You've come at just the right time. Shh. Look, it's an incredibly rare straight-lurping-Hover-Eagle. Äh, da. Ha, 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 ha. Quick, we need to tag it before something bad happens. Follow that eagle. Ernsthaft? Ich soll den freuen? Aber ich habe ihn doch schon eingeholt. Ich habe ihn schon. Wo? Oh. Habt ihr das gesehen? Oh. Oh, dadurch ändert man seine Richtung. Aber, äh, äh, wie komme ich jetzt? Äh. Ein. Okay, geschafft. Oh, Gott. Hier sind total viele davon. Ach so. Voll lustig. Wow. Oh. Tut mir sehr leid. Ich weiß gar nicht, ob das das ist, was ich tun soll. Zwölf? Dreizehn? Okay, ich glaube, das ist es. Wow, schau mal an diesen schönen Bär. Wow. Danke, Giorgio. Die Parks und Natur bedanken dir. Ja, kein Problem, Mann. Kein Problem. Ähm, wow, wir haben so viele Missionen, ne, die wir machen können. Eine machen wir aber noch. Das ist schon lustig, das Spiel. Es tut mir leid, dass es so ein bisschen ruckelig ist. Oh. Was ist der Soccer-Gris? Was soll das sein? Der sieht echt lustig aus. Ah, wie ein richtiger Turi. Sekunde. So. Okay, okay. Das war, glaube ich, wichtig, dass wir uns hier einmal umdrehen. Sonst wäre es kritisch geworden. Aber so wird es funktionieren. Oh, das ist sehr eng. So. Wow. Wow. Cool. Ja, ich denke dich zu Soccer-Gris. Ich denke dich zu Soccer-Gris. Ah, verflixt. Aber wir haben gerade den Checkpoint aktiviert. Uh. Ja, fliegt besser vom Joch. Äh, wo geht es jetzt weiter? Da. Ne, halt, andersrum war eigentlich cool. So. Und. Da geht es weiter. Hey, this is still not right. Are you playing a joke? Hey, Georgie? Soccer-Gris. Was willst du, Soccer-Urban-Gris? Was ist Soccer-Urban-Gris? So. Ah, ich glaube, wir müssen nochmal. Nein! Spinne explodiert! Ein echtes Novum. Das ist mir ja noch nie passiert. Bam, bam. Das ist irgendwie... Ist schon lustig, das Spiel. Äh. Ah, da. Ja, ja, ich habe das gehört. Du magst mich nicht. Ist schon okay. Komm doch mit her. Es macht mir überhaupt nichts aus, wenn ich jemanden nicht mag. Okay, eine Person holen wir noch. Ach, Beth wieder! Hey! Hey! Ich bin glücklich, dass du mich aufhören kannst. Könntest du mich zum Bus-Depot holen? Aber klar. Oh, Georgie. Ich bin glücklich. 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 Aber ich bin glücklich. Aber wir können das letzte Fahrt zusammen haben. Und zumindest für heute. Ja, das waren schöne Zeiten. Und die Ente. Au. So. Der neue Typ, das ist bestimmt der Typ, der unsere Idee nachgemacht hat. Ich finde die schon ziemlich doof von denen. Wo da? Oh, schade. You know, you could come with me and move to the city. I mean, I'm sure you'd do swell in the big city and I'd... Well, it's kind of selfish, but... I'd really just like to have you all to myself. All the time. If you ever change your mind, give me a call. I'll be waiting, at least for a while. Das ist ja cool. Vielleicht kann man wirklich jetzt in eine andere Stadt wechseln. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall voll niedlich. Na gut, ihr Lieben, ich fand das ziemlich lustig. Ich muss mal mir anschauen dann im Bearbeitungsprogramm, wie krass das ruckelt. Weil ansonsten würde ich vielleicht irgendwann doch nochmal eine zweite Folge machen. Ich finde das irgendwie lustig. Immer diese kleinen Einspieler. Das ist schon voll cool gemacht. Aber ich muss erst mal gucken, weil hier beim Spielen ruckelt es doch ganz schön dolle. Ich muss mal gucken, wie das im fertigen Video ist. Na gut, ihr Lieben, dann sehen wir uns vielleicht nochmal in einer weiteren Folge. Und ansonsten danke ich euch, dass ihr mit dabei gewesen seid. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.